Eigentümer des Gebäudes siebten Verstoß der Sozialdemokratin als Wahlkampfmanöveran. Beslich der bauliche Zustand der ehemaligen Gaststädte zur Post in Heckholzhausen-Wartemar der jüngsten Sitzung der Wäscherlicher Gemeinde vertritt. Die SP-Fraktion hatte eine Anfrage über die Zukunft des aus ihrer Sicht renovierungsbedürftigen Gebäudesgeschichte im Laufe der Sitzung. Die SP-Fraktionsvorsitzende Michael Jahn schaffe Kritik am Zustand des Gebäudes und griff auf den Eigentümer mit deutlichen Worten. Dieser wiederum wehrt sich im Gespräch mit dieser Zeitung. Bürgermeister Michael Franz-Parteilus lehnties zunächst ab, die an Frageda-Spitzung künftig die Nutzung des Gebäudes zu versagte, wir haben keinen Rechtsanspruch, das von seinem Hauseigentümer mitteilt, war somit seinem Eigentümer. Solange von diesem eine Gefahr für die Allgemeinheit in diesem Fall sehe ich das auch als lichtgege Binag. Und der Bürgermeister sagte weiter, dass der Gebäude-Eigentümer Jens Schäfer rausweib und sich mit einem Schreibännern hingewandt habe, da sie Randensp-Fraktionsvorsitzenden Michael Jan Weitergeleiterin beklagt sich Schäfer darüber, dass sein kurzer Anruf ausgereicht hätte, um hereinmal die Neugier der Bevölkerung zu beimkern gehe das Thema, aber niemanden etwa sein Punkt weiter heißt es in dem Brief. Mich würde einmal interessieren, ob die Anfrage aufgestellt worden wäre, wen Nassit-Cham ein normales 3- oder 4-Familien-Jaws handeln würde und nicht human ein Betrieb und lediglich momentan ein Leerstadt befindliche Flüchtlings. Dazu erklärte Jan, der selbst in Heckholzhausen lebt. Es ist traurig, welche Menschen sind was betreiben. Bereits im vergangenen Jahr sei dies, mehrfach von Bürgern darauf angesprochen worden, wie schlimm es in dem Gebäude kaputt, der Fensterscheiben seien lediglich mit Pappe zugeklebt worden, der Fettorin seien da auch zu belassen, die Akzeptanz solcher Anrichtungen hinterfragen. Wie es dort aussieht, sagte Jan und der Sprechner ist darum, viele Entwicklungen die Hilfe zu korrigieren, wo unser Schreibenjagd offenbar einen guten Punkt getroffen. So Jan Weiter erinnerte daran, dass der Eigentümer vor Jahren angekündigt habe, einen Laden in dem Gebäude zu. Das waren aber nur große Luftnummern, so der Fraktionschef. Begehungen durch Behördenjahn warf dem Gebäude-Eigentümer vor, dass dieser offenbar nicht die notwendige Sensibilität besitze, eine offensichtliche Schieflage zu bedessen. Hinweis darauf, dass es auch in den umliegenden Gebäuden einen Renovierungsstau gebe. Gehefe und das Schreiben an die Gemeinde sei nicht gerade vertrauensfördernd, zumal es für die Gemeinde wesentlich wichtig sei, war es in einem so zentral gelegenen Gebäude passiert. Jens Schäfer wies die Kritik auf Anfrage dieser Zeitung zurück. Es sei richtig, das zeitweise Fenster in dem Gebäude mit Pappe zugeklebt. Ursache dafür sei gewesen, dass zwei Scheiben von außen mit Backsteinen eingeworfen, erst vor einem halben Jahr sei das Gebäude noch einmal saniert worden, nachdem alle Asylbewerber wegen Brunner bereits ausgezogen. Nach wie vor handele es sich um eine Flüchtlingsuntergriffe für 30 bis 35 Begründer. Der Vertrag mit dem Landkreis gelten nach wie vor zu Schäfer. Sobald die Corona-Krise vorbei ist, rechne er wieder mit der Aufnahme von Asylbewerbern im Heckhaushaus. Ich lade jeden ein, sich das Gebäude anzusehen, sagt Ederwald Brunner Bauunternehmer, der nach eigenen Angerbahn im Landkreis Limburg-Wallburg acht Flüchtlingsunterkünfte betreibt und damit rund 40 Prozent seines Geschäfts. Er habe nicht sie hartes zu verbergen, betonte Schäfer. So mal eine paar Monate Begehungen durch Behörden bei uns stattfinden, sei es vom Bauamt oder vom Sutz auch zu DNV. Und Jan als Heißluft gebrannt magten Plänen eines Dorfladens namens Schäfer haben nach dem Erwerb und der Kernsanierung des Gebäudes in den Jahren 2015-2016 rund ein halbes Jahr Zeit und mindestens 1,500 Euro Kosten investiert, um im Keller der früheren Gaststätte einen Laden eins. Bescheitert sei das Vorhaben dann aber daran, dass kein Lieferanberat gewesen sei, einem Laden zu bilden, den sich im Knie einer zu bewältigen. Der Kurz zur Zukunft des Gebäudes komm ich der Schäfer ran, das im Fall des Hauslaufens seines Vertrages mit dem Landkreis sei die frühere Brust in einem Familienwohnhaus und kritisch macht wie der Unternehmer, der selbst der Klonangarten im Gemeindeverstand von Waldbrunn sitzt, an, das säß sich bei dem Verstoß der Spdörfenbarung ein Wahlkampfmanöverhandel, eine Ermangelung an. Im Übrigen habe er Sau-Scheck-Holzhausen nur wenig Hilfe bei der Betreuung der hier untergebrachten Flüchtlinge gegeben, kritisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017